Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch ein Line-Dance mitgebracht, ein absoluter TikTok-Trend, und zwar The Weatherman. Ich tanze es euch vor. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Natürlich erkläre ich als erstes die Schritte. Wir fangen an mit einem Crosswalk nach vorne, dann kommt ein Chassis-Schritt. Wiege, Schritt und 1, 2, 3. Ein Step-Privit mit einem Schritt dahinter, dreh dich drauf. Ein Sailor-Step folgt, Sailor-Step, und danach kommt Kick-Kick-Coaster-Step. Wir machen das einmal mit Zahlen, gemeinsam. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 1, 2, 3 und 4. Dann ist der rechte Fuß frei, wir tanzen zwei Storms nach vorne und danach kommen wieder so Twist-Turns. Die sehen dann so aus, vor, drauf, 1, 2, 3, 4. Vier Mal nach außen, nach innen, nach außen, nach innen. Ja, wir machen nur das. Storm, Storm, zack, 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 zack. Wir machen es mit Zahlen, ganz von vorne. 5, 6, 7 und 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und. Ihr merkt, wir kratzen schon am nächsten Takt dran. Trotzdem ist danach der rechte Fuß frei. Und es sieht dann, wie folgt weiter aus. Vor, Kick, Coaster, Step, halbe Drehung, halbe Drehung. Das kriegen wir hin, oder? Machen wir den Eindruck, nur das. Vor, Kick, Coaster, Step, Pivot, Turn und Pivot, Turn. Der letzte Teil beginnt mit Vor, Kick, Coaster, Step. Vor, Kick, Coaster, Step. Das rechte Bein steht dahinter, wird neu angesetzt mit dem Toe, mit der Spitze. Und wir drehen eine Dreiviertel Drehung bei 1. Ich setze wieder den rechten Fuß dahinter. Und wir drehen eine halbe Drehung bei 2. Jetzt zähle ich noch einmal alles von vorne durch. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Hier ist es so, dass wir jetzt in der 3 rausgekommen sind. Und wir haben einen langen Teil und einen kurzen Teil. Das bedeutet, wenn ich euch jetzt mal diese Seite auf der 3 nochmal durchzähle, dann doppel ich den Schluss. Ich zeige es euch. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 3 Viertel und halb dazu. Und jetzt kommt der dritte Teil nochmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8.